Was geht, Leute? Willkommen zu Dragon Ball Fighterz Raid. Ich hoffe, du bist wieder mit dabei. Ja, Leute, mit denen ihr habt Bros zusammen. Was geht, Leute? Ihr wisst, was das heißt, wenn Halbzeit-Gents vor uns stehen? Nein, wir haben keine Testaufnahmen oder so gemacht. Wir haben auch nicht davor gespielt oder so. Alles voll neu für uns, was du willst. Natürlich. Alles gerade neu. Wir fangen gerade an. Wir haben uns auch nicht aufgewärmt oder so. Wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Gar nichts. Wir sind frisch. Wir wissen nur, dass Gohan, Goten und Trunks dort sind. Und ja, Leute, ich spiel mit Napa. Ihr seht den Grund, warum. Ich bin... Wie nenne ich mich? Die Fusion von Goku und Vegeta. Unsere andere Fusion ist Vegetto. Ah, ich bin Gogeta. Ja. Und ich bin... Ja, ich musste kurz an meinen Farbkasten vorbeischauen, welche Farbe ich heute sein will. Heute habe ich mich für Blau entschieden. Deswegen... Ja. Das hat es bei dir nicht mit Kreditkarten zu tun, oder? Nein, nein. Achso. Kreditkarten. Soll ich mal gucken, welche Farbe meine hat? Vielleicht habe ich auch einen Black Freezer bei mir. Schwarz, andere, ey. Die sind so am Schluss, Alter. Wertvollste Karte, schwarz, Black Freezer. Ja, war in Japan, glaube ich, ja. Hat er nicht gemacht. Ich spack, ey. Ich spack, ey. Spack, spack, spack. Und renn weg. Ja, vorbei. Kack, kack. Ey, Leute, jetzt wisst ihr, warum ich schon bei, äh, Stufe 3 angefangen habe, also Kampf 3 angefangen habe. Weil die hier schon austicken. Ja, brutal. Manchmal schon bei Kampf 1. Ja. Wenn der Bock hat. Ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. das war das war nicht geplant was hat goku gemacht keine ahnung er war einfach da und wiedergegangen ist nicht runde 4 oh mein Gott Nata wird auch noch genommen oha gohan kill man ey gohan was ist ihm weg passiert ey die könnten ich jetzt hier vor den Leuten blamieren nein ich bleib drinnen ich muss ja auch genau guck mal alles reflektiert wird was ist eine Kamanehala oh mein Gott ey nur Bots catchen dich ja macht euch ja lacht lang ja dieser Wuff ist so errenlos ey uuuuuh jawoll yes das kam auch nicht da macht es jetzt zum dritten mal ich wollte es noch über ein paar oder was geht bei dem da hast du ich wollte das noch zu breit ist dann ja dann schreibe ich habe ja genau das habe ich gemeint die sparten direkt hat er kommt auf nach war nicht klar wo denn es kommt auf nach war nicht klar ja ja der macht ist ja man der macht ist während sein angriff aber ich brauche ich habe zugeguckt das war gerade schau der hat bin ich direkt rein oha ich habe wasser den leidre actions doch du hast gesagt das licht ich mache nicht ja Nyaaaah Tritt Das ist ein Bein, das ist kein Dock, ne? Ey, Dani, wir sind nicht in Dockern Nein! Ey, dass er das immer macht... Hat er mich auch genommen? Nein, oh, das geht nicht, oh, das wär üben Hol mich rein Oh, das hast du mal beruhigt Ey, warum geht sein Tritt vom Boden aus? Aber meiner nicht, ja Hol mich rein, Dani Ich lass Dani wenden Hä? Warum? Das war kein Wenden, ich meinte mit... Was? Ist dein Ernst? Ah, wird dich reingeholt, halt zu den kassiert Freu dich lieber Dann hättest du mich früher reingeholt, nicht erst wenn du Assist einsetzt Okay, ich hab God Mode Bam, so schnell geht's So schnell kann ich reinholen, alles gut Dieser Raid Sieg ist mir so scheißegal Von daher Aber wie viel Dreier gibt du denkst also Nein, der gibt nicht Der gibt nicht nur einfach Dreier Während er schlägt gibt er noch Dreier Ja Ey, das ist so brutal Das geht halt, das ist bei den Gohans auch so Die haben sowas mit Fuß Und dann können die auch hinterher direkt was machen Aber Dreier geht halt bei denen nur auf Boden Das ist der Unterschied So Leute Jetzt wisst ihr warum ich früher angefangen habe Also bei Kampf Trashen angefangen habe Weil das für uns die letzte Stage ist Ja ok So und da ist der Spark Aber wir machen mal ein Dinger Gotenks Level 3 Counter Wie viele der gemacht hat So irgendwo oben rechts in der Ecke soll stehen wie viele So irgendwo oben rechts in der Ecke soll stehen wie viele So irgendwo oben rechts in der Ecke soll stehen wie viele Dann es geht So ist die So jetzt kommt der Dreier Der ist mal Jetzt kommt der Dreier Kampfer Guck mal ja ich weiß benutzt jetzt kein spark ich hole schon denn dann hier ein glaube ich ach komm dann hat oberhalb sagt mal warum auch so ein kick nach oben man der schreit so allein für sich Ey, Dani, verkack jetzt nicht. Jawohl, ey. Oh, alter Kranke. Was geht, ey? Was geht, ey? Was geht, ey? Letzte Stage. Leute, wir haben euch alle überrascht. Ja, ja, und kennst du diese Leute, die Thumbnail-Foto machen, so mit Mund offen, als ob die Blowjobs geben? Ich verstehe das, ich verstehe das nicht, Murug. Leute, was haltet ihr vom Blowjobs machen? Abend in ein paar Jahren. Ey, wadda, ey. Jungs, ey, ich verliere meine Konzentration, Murug, ich verliere meine Konzentration. Oh, jetzt sind alle drei, Alter. Ja, ja, okay. Alles klar, safe. Oha, oha, meine Augen sind kaputt gegangen. Hast du gesehen, ich lebe? Ja, aber wechsel, aber wechsel, 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 ohne Gnade. Aber, 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 wechsel, ohne Gnade. Will ich doch, ich will, ich will. Der lässt nicht so. Aber nicht es ist. Aber nicht es ist. Der macht es ist. Ach so. Mach eins, nein. Ach, nein. Mach der Sist und tschüss, Alter. Oha, geil. Oha, tschüss mal. Ah, da noch ein übertriebener Hengst, Murug, mit seinem Schwert, Murug. Der gibt die krassesten Shorts, Murug. Dreier, Murug, wieso gibt der nie Dreier? Ich check's nicht. Genau, wenn er springt. Ja, Mann. Ich wechsel's los. Dani. Jawohl. Jawohl, Dani. Das ist der Gnade als deinen Dreier. Höh, wieso schlägt er nicht weiter? Er hat einfach aufgeschlagen. Keiner wechselt. Dani, 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 Dani. Dani wechselt zu Abend. Du hast mein Leben gefickt. Du hast mein Leben gefickt. Ich kann mich nicht mehr heilen. Ich bin der Wechsel. Also, wenn du kannst, wechsel zu mir dann. das war der schlechteste wechsel wir werden schon dreimal gestorben jawohl napalm ist zu stark macht napa ein trampeln sofort chill doch mutter geht direkt maschinen nein Schildo! Hol uns rein! Beendet! Mit 1! Ja! Oh mein Gott! Nur noch Koran! Ja! Nappa ist so cool! Keiner kommt auf Nappa klar! Ich wechsele! Ich wechsele! Ja, wechsele! Oh, dann ist wieder was anderes! Oh, ich dachte ich komme! Oh! Oh, nice! 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 Nice, Dani! Was willst du, ey? Leute, ich will euch nur sagen, wir haben nicht damit gerechnet, dass wir das Wake überhaupt noch schaffen können! Nein, meine Hände nicht! Nein, ich weiß nur was ich rede! Spark! Nicht! Spark nicht! Ich bin tot, Digga! Oha! Er hat komplett aufgeladen! Leute, ich wollte nur sagen, wir wussten nicht, dass wir das Wake schaffen! Ich wollte es euch nur mal sagen! Abenteuer Stufe 5 und mit Gohan! Rede nicht mit den Leuten! Rede mit Gohan! Jawoll! Das meine ich! Versteht ihr? Nappa hat es wieder geschafft! Das war es einfach! They're good! Also Leute, das war's mit dem Raid! Abonniert, aktiviert die Glocke! Lasst eine Bewertung! Schaut unten in der Videobeschreibung! Da ist alles verlinkt! Leute, bevor ich es vergesse, wir haben noch eine Raid-Folge bei den Yabbros aufgenommen! Schaut auf jeden Fall bei den auch vorbei! Ist unten verlinkt! Ja, ich weiß zwar nicht, wann es bei den Yabbros kommt, auf jeden Fall haben wir da auch eine Folge aufgenommen! Hade! Hardister! Hade! Hab da! Jetzt!"